Tausend Jahre sächsisches Gedächtnis und ich mittendrin. Ein Glück, dass es Menschen gibt, die dieses wertvolle Erbe so sorgfältig aufbewahren. Über 100 Kilometer Urkunden, Akten und Karten. Sie lagern hier, am sichersten Ort für historische Papiere und elektronische Daten des Landes, den Magazinen des Sächsischen Staatsarchivs. Und ich kann das alles nutzen. In Freiberg, in Dresden, Leipzig, Chemnitz und auch in Wärmsdorf. Welch unermesslicher Schatz an Wissen. Ein Schatz, den es zu schützen gilt. Mit modernsten Technologien, einem Klimatisierungssystem für konstante Temperaturen und Luftfeuchtigkeit in den Magazinen und einer ausgeklügelten Brandschutzanlage. Oh, ich denke, ich habe jetzt gefunden, wonach ich gesucht habe. Im Sächsischen Staatsarchiv. Im Sächsischen Staatsarchiv. Im Sächsischen Staatsarchiv.